Einen wundervollen guten tag herzlich willkommen zurück zum IT security monitoring mit engine site heute mit einem weiteren tollen faktor für alarme Und ihr seht hier schon ich habe es aufgemacht ihr könnt das ganze hier noch automatisieren das habe ich letztes mal schon angeteasert Und dieses mal wollen wir das machen und zwar ihr könnt einen alarm verbinden mit einem webhook oder Eben einem plugin und ja damit könnt ihr quasi eure eigene integration bauen das bedeutet zum beispiel so was wie wenn ihr discord Verwendet um irgendwie monitoring zu betreiben könnt ihr das ganze ding hier an discord an einfach ein bot schicken zum beispiel Oder aber ihr könnt hier hergehen und sagen wir bauen uns einen plug-in Und ja können das dann eben benutzen das heißt ihr könnt so was bauen wie zum beispiel ein discord bot der benachrichtigt wird wenn Irgendwo ein alarm ausgelöst wird oder eben slack oder Microsoft teams oder was auch immer ihr benutzt und das ist schon sehr sehr angenehm das heißt ihr könnt euch das customizen hat dann nicht am ende nur E-Mail push benachrichtigung sondern eben auch was unabhängiges davon sehr sehr spannend also das heißt wir wollen uns hier mal erst mal angucken Was ist eigentlich ein webhook und wie könnten wir könnten wir den benutzen Ich habe hier mal eine website aufgemacht Und ja das ist im endeffekt genau so was also es ist im endeffekt nichts weiter als ein stinknormaler relativ billiger web server Zum beispiel den ihr in python flas geschrieben habt aber wie gesagt ich will hier keine programmierkenntnisse voraussetzen Ihr könnt aber mal gucken python flas macht im endeffekt genau das es baut euch einen web server und der hört auf verschiedene urls Und in diesem fall ist diese url die url die wir hier aufrufen können und ja die können wir jetzt hier im endeffekt einfach verwenden Und wenn wir die jetzt einfach in unseren browser einfügen würden dann wäre das als hätten wir einen get request an diese url geschickt das heißt wenn Ihr wollt einfach mal diese url im browser einfügen machen wir jetzt hier allerdings nicht So das tolle an der sache ist allerdings wir können hier tatsächlich genau dasselbe machen mit einem webhook und das bedeutet Dieser webhook den wir hier bei engine site generieren ist nichts anderes als ein automatisierte aufruf einer webseite Den wir genau dann auslösen wenn ein alarm ausgelöst wird das ist im endeffekt dieser webhook das heißt engine site ruft für euch eine webseite auf wenn Ein alarm ausgelöst wird mit einem gewissen datensatz und den können wir natürlich hier unter webhooks mit einem neuen webhook dann quasi erstellen Ich mache jetzt hier einfach mal einen networkhook Und ja beschreibung brauchen wir in dem fall nicht Nicht und unsere url ist in dem fall einfach eine webhook.site aber ihr könnt natürlich alles machen also ihr könnt auch zum beispiel eure eigene api Aufrufen ihr könnt euren discord bot aufrufen und so weiter und so fort ihr könnt ja auch einstellen was genau ihr haben wollt also welche Methode also get post patch put delete geht alles in unserem fall wird ein get reichen wir können aber mal auch ein post machen Völlig egal also das ist quasi uns überlassen wir können hier sogar schauen was für einen content type wir haben aber wir wollen hier einfach nur ganz normales JSON so und jetzt machen wir einfach webhook hinzufügen und das ist jetzt ein neuer webhook und jetzt können wir unseren alarm hier einmal kurz aktualisieren Und hier haben wir jetzt die möglichkeit unter automatisierung einen webhook auszuführen beziehungsweise auszuwählen das ist unser networkhook und damit verbinden wir die beiden miteinander das bedeutet wir bekommen jetzt wenn wir das hier speichern einen hook eben an diese webseite sobald der alarm hier ausgelöst wird Wir sehen hier allerdings dass das ding noch kurz offene issues hat die muss ich kurz noch reparieren So jetzt kann ich ja einmal ganz kurz hergehen und einmal die änderungen speichern und damit haben wir einen webhook eingebettet in unseren alarm das heißt wenn wir hier das natürlich aktualisieren sehen wir hier unter automatisierung genau diesen networkhook und ich habe jetzt hier das ganze mal beseitigt Und ich werde jetzt mal in der vm ein bisschen was starten zum beispiel ein video von mir das ich gucken möchte So und aha hier ist offensichtlich ein alarm ausgelöst worden das heißt wir sehen hier meine virtual box hat hier definitiv zu viel in anführungsstrichen zu viel Netzwerk verbraucht und engine site hat den alarm ausgelöst natürlich und damit haben wir unseren webhook getriggert und wir sehen hier Bam der webhook ist da das heißt wir sehen hier wer diesen webhook geschickt hat Einmal webhook.site natürlich was hier passiert ist connection gut okay das ist jetzt nicht wirklich relevant aber im endeffekt er wurde ausgelöst weil Eben ein alarm passiert ist und ihr könnt diese informationen dann natürlich Alle verwenden einfach nur dass der alarm ausgelöst wurde wird bei euch dann angezeigt ihr müsst natürlich für jeden einzelnen alarm dann eine separate url erstellen und Damit könnt ihr das super gut in eurer eigenen anwendung integrieren auf jeden fall denke ich dass es eure Ja eure integration noch deutlich verbessern würde und dadurch könnt ihr natürlich auch noch viel viel mehr damit machen also zum beispiel Alarm automatisch beseitigen also wenn zum beispiel viel zu viel netzwerk da ist dann einfach kurz I don't know zum beispiel kurz den server vom netz nehmen was ihr wahrscheinlich nicht machen wollt oder eben solche verschiedenen dinge Perfekt Jetzt gibt es ja hier auch noch die plugins und die plugins die möchte ich euch im nächsten video separat zeigen denn das ist ein so mächtiges tool Dass wir hier quasi automatisch alles fertig machen können also network hooks sind super für die integration in die dienste die ihr schon verwendet Aber plugins die können direkt das problem sogar beheben wenn ihr das wollt und das ist tatsächlich Ein sehr mächtiges feature deswegen will ich dass es nicht zu kurz kommt und zeigt euch das im nächsten video gut das war es meine seite wir uns wieder bis dann